Der braucht jetzt 0,1. Kannst du mir noch mal einen aufziehen, Schnell? Das ist jetzt ein Turmferd, wo irgendwo zu nahe ein Ross angekommen ist. Da hat man einen geschlagen, dann hat er da jetzt einen kaputten. Also ein gebrochener Flügel. Also bei einem Ross? Ja, ein Ross hat dann ein Franschen ausgeschlagen. So, sollen wir schnell schauen. 180. Das ist aus 3. Das ist, ja. Und er braucht es. Schön. Die biessen gerne. Das haben sie denen sicher gehört. Das ist ja ein Falk, ein Falk. Das sind Bisstöter. Darum, äh... Also der biessen und kann auch nicht weit hinter langen. Die biessen damit es gerne. Also immer. Und der kommt jetzt auch noch ein wenig Schmerzmittel. Und das wird immer berechnet. Also nach Metakarm, nach Gewicht vom Vogel. Ja. Ich komme dann gegen Abend nochmal. Ich komme im Mäuse. Dann nochmal. Noggens Medik. Ich gehe. Dann habe ich die Klappe zugemacht. Mhm. Für die Teulen. Okay, super. So, komm. Du kannst noch nach dem Mittag, genau bis zum Mittag oder so schreiben. Hm? Du kannst sonst noch schreiben. Ich bin bis zum Mittag oder so um der Mittag. Ah, ja. Nein, ist gut. Ich komme heute. Ich komme mal zu Abend drauf machen. Ja. Und der Dinger, also der Mäuse, hat recht schön alles gefeiert. Und sie ist noch nicht so gut. So. Ja. Okay. Es wird auch gut zugemacht. Ja. Mit der Kahn-Box, das ist okay. Wenn man etwas erredigt hat. Nein, nein, nein. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Man kann schnell. Man kann den Kopf drehen. Und obwohl er so ein wenig einspieße, der da beisst er noch etwas. So, tun wir dich wieder in die Box zugemacht. auf die Mitte des Pätschers. Und so, wenn wir dich nicht unter dem Laufenden nachdenken. aber in der Mitte des Pätschers abonnt. Und wieder progen Tournacht, Und sogar mit der Dinger die Körnacht, auf der Mitte des Pätschers zu schreiben. Wie wir sagen, dass wir die Körnacht Gäldel по dir und sagen, Und dann auch immer noch immer noch einmal wieder auf der Mitte des Pätschers.